Österreich trauert um Brigitte Bierlein. Sie ist die erste und bisher einzige Bundeskanzlerin der Republik Österreich, auch Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und Generalanwältin der Generalprokuratur beim obersten Gerichtshof. Brigitte Bierlein verstirbt im Alter von 74 Jahren. Das teilt der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer über Ex mit. Die Nachricht verbreitet sich sehr schnell im Internet. Nehammer spricht von großer Dankbarkeit des Landes. Österreich gedenkt dieser außergewöhnlichen Politikerin. Der Verlust trifft viele Menschen im Land. Die Erinnerungen an Brigitte Bierleins Leistungen bleiben.